Herzlich Willkommen! Wir sind hier am Landgut Weizsicht, eine Wildfruchtproduktion. Wir produzieren Kornel. Mein Name ist Eva Kollmann. Mein Ziel für die Landwirtschaft ist eine zukunftsorientierte Landwirtschaft zu machen, eine nachhaltige Landwirtschaft zu machen und das Dritte und das Allerwichtigste ist, so CO2-neutral zu werden wie möglich. Und hier ist Elektrifizierung ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir werden auch Säbenenergie produzieren und deshalb ist es der logische Schritt, auch elektrifizierte Geräte zu einsetzen. Wir haben schon einige gemacht und heute haben wir hier eine Mähe ausprobiert, die ich ganz ehrlich sagen muss, sehr beeindruckend. Und zwar das beeindruckendste für mich war das Schreddern damit. Ich kann mit dem elektrischen E-Achsel einen Schredder direkt zum Arbeitsplatz fahren. Ich kann diese Äste, die ich aus der Kultur geschnitten habe, gerade durchschreddern, ein paar Schritte weiter gehen, weiterschneiden. Also ich habe einen Prozess. Dank einem innovativen Wechsel-Akkukonzept haben wir die Möglichkeit, den ganzen Tag im Einsatz zu sein und die Arbeiten hier auf dem Hof zu erfüllen. Für mich ist es wichtig, die Landwirtschaft mit neuen und mit anderen Geräten zum Neudenken zu kommen. Und dazu brauchen wir Geräte wie das, was wir heute Morgen ausprobiert haben. Mit dem CC 140 bieten wir die Möglichkeit, genau in die Richtung zu gehen und die Landwirtschaft der Zukunft zu bestimmen können.